Socken, du merkst es, aber du denkst, jetzt ist es vorbei. Aber lass mich dir verraten, jetzt kommt es erst so richtig Dicke, denn hier ist meine letzte Überraschung. Richard, die Kiste. Denn ich weiß, dass es einen Menschen gibt, den möchtest du unbedingt mal imitieren. David Hasselhoff! Hallo Thomas, Surprise! Hallo Thomas, Überraschung! Ich habe dich, jetzt Humberto. Aber keine Angst, meine Damen und Herren, er möchte den David Hasselhoff nicht als Rettungsschwimmer imitieren, das wollten wir ihm nicht zumuten, Thomas Gottschalk in eurer roten Badehose. Er wollte schon immer mal ein Lied von David Hasselhoff singen. Looking for Freedom! Und auch deine Kandidaten bei Schalk TV mussten immer wieder singen, ob sie wollten oder nicht, und heute bist du dran. Du hast jetzt ein paar Minuten Zeit, mit David zu üben, und dann sehen wir dich gleich als David Hasselhoff mit Looking for Freedom nach der Werbung. Thomas, ich helfe dir. No problem. Bis bald! So, meine Damen und Herren! Gottschalks Weihnachtsparty hier in Sat. 1. Die Rache der Schalk-TV-Opfer, deswegen heißt es heute auch nicht Schalk-TV, deswegen heißt es heute auch Pflaume-TV. Und er hat seinen Opfern viel Schlimmes angetan. Jetzt muss er leiden, und das soll er auch tun. Hier auf unserer Pflaume-TV-Showbühne, Thomas Gottschalk als David Hasselhoff mit Looking for Freedom! Vielen Dank! I've been looking for freedom Still the stars go on I've been looking for freedom Since I learned my own time I've been looking for freedom Still it can't be found I've been looking for freedom I've been looking for freedom I've been looking so long I've been looking for freedom Still the stars go on I've been looking for freedom Since I left my own time I've been looking for freedom Still it can't be found Merry Christmas Merry Christmas Thank you Come with me Aber Respekt Ja, ich denke jetzt brauchen wir uns keine Gedanken mehr machen Jetzt schaut eh keiner mehr zu Du kannst es auch Du kannst es auch Ja, geübtes Geübtes Schön, dass du da bist Was haben die mich heute Nachmittag proben lassen Eine abenteuerliche Geschichte eines jungen Mannes Der nicht zu Hause war, aber dann zu Hause sein würde Also Und du bist auch dabei Dass du mir das Ja, natürlich Jetzt sehe ich so aus wie du und du nicht Elegant Toll Veronika Die haben die Grillen geschmeckt Die Grillen? Ja Die haben die geschmeckt Das ist komisch, im Fernsehen mache ich alles Zu Hause würdest du das nicht essen, wenn die Thea das kommt Aber sobald eine Kamera an ist, ich spring ins Feuer, ich esse Grillen, ich küsse dich Vielleicht Da würde ich mich zu Hause nie trauen Das stimmt Vielleicht Vielleicht sollte deine Vielleicht sollte deine Frau mal zu Hause eine Kamera aufstellen Ja, na hör auf Du hast also Geld Getier kommt mir nicht Klein Getier kommt mir nicht auf den Teller David Herzlich Willkommen Du warst Auftritt durch die Tür geplant Ja, das war geplant, das weiß ich, aber Am Schluss musste ich da mitmachen Das war toll, das hat Spaß gemacht Ich habe dich den ganzen Tag vor dir versteckt Ich habe mich schon gewundert, Veronika war bei der Probe da Er war nicht da und er war nicht da Von ihm habe ich gar nichts gewusst Ich habe gedacht, ich bin der zweitbestaussehendste Mann heute Abend in der Sendung Gut, na gut, ich rutsche nach hinten, immer noch Top 3 Ja, ist gut, Veronika Immer noch Top 3 Du weißt ja nicht, was da kommt Ja, ja, ja Aber der beliebteste auf jeden Fall Der beliebteste, glaube ich, ganz sicher Ja, David, wenn du schon da bist So, jetzt sitze ich auch noch im schwarzen Rollkramp-Pullover, da sehe ich aus wie Drevermann, aber ist egal Geht es jetzt in der Sendung weiter oder kommt meine Mutter noch irgendwo rein? Nein, das ist alles in Ordnung Sie ist daheim, der geht es gut Ich dachte, die Kiste ist sehr groß, da ging noch einiges rein Das Schlimme war, als die erste Dame rauskommt, dachte ich Nee, da war nichts Dabei war das mein erster Schalk-Opfer, siehst du? So ist es Himmelsgrün, soll ich da was vergessen haben? Aber dann ist mir das wieder eingefallen Ja? Schlechte Ja Das ist Kai Pflaume als Baywatch und es ist nichts Oh mein Gott Die Sendung ist inzwischen überfrachtet Die roten Badehosen, die gibt es ja überall, auch in Deutschland Guck mal hier, da, für Damen Also, hast du eigentlich dir jemals vorstellen können, was du weltweit für einen Beach-Fever entfachst mit diesem Baywatch? Über eine Milliarde Menschen sehen es die erfolgreichste Fernsehsendung der Welt? Nein, das habe ich nicht gewusst, das habe ich nie geahnt Es gibt überhaupt das Komischste bei uns Es gibt sogar David Hasselhoff, Baywatch, Frischluft für das Auto Ich weiß nicht, warum die Menschen das haben wollen, dass ihr Auto wie David Hasselhoff riecht, aber das wollen die eben Also, es ist unglaublich, ich hätte es mir auch nie gedacht Eine ganze Generation von jungen Leuten sind verrückt danach Ich sehe auch hier übrigens laufende Nachahmung Ist das gar nicht erlaubt? Hier, wenn Sie einmal auf Pamela rumtreten wollen, die Baywatch-Socke, gibt es alles Ja, unglaublich Und hier, die eigenen Die werden gerne gemischt getragen Bei den einem Schuh Nun ist Baywatch Nun ist Baywatch international ja so erfolgreich, dass man sich gar nicht vorstellen kann, in wie vielen Sprachen das zu sehen ist Wir zeigen mal einen bunten Sprachmix aus Baywatch-Ausschnitten Das hat der Mann gemacht too schnelles Fleckchen-Straibf Was abgeschrieben in den ersten Gehtra! Wo sind denn die Fans am anhänglichsten, also wo sind sie am höflichsten, wo sind sie am wildesten, kann man das sagen? Wo man in der Welt unterwegs ist? Ja, hier sind sie am besten! Oh, David! Es sind jetzt 8 Jahre, 8 Jahre, seitdem ich nicht so gekleidet habe damals in einer anderen Sendung von dir, Wetten Daz. Ich bin damals so gekommen, wie du jetzt aussiehst und jetzt noch 8 Jahre läuft es immer noch fantastisch. Es sind die besten Fans weltweit. Ich bin hier! Kompliment von David! Und die Fans freuen sich! Applaus So, jetzt haben wir einen... ... ... ... ...